Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Let's Play Force, die Beta, Tag 2. Naja, mal schauen wie wir uns heute mit Recon so durchschlagen. Das ist jetzt ein anderer Modus, ähm, Domination oder Domination oder Dominar oder wie auch immer. Und ja, das ist wahrscheinlich sowas wie Team Deathmatch oder so ein Scheiß. Und es legt rum. Wie geil ist dat denn hier? Es legt und legt rum. Alter Vater, jetzt komm. Jetzt mach hin. Nein, deine Mutter. Ja, deine Mutter ist so eine hässliche Bitch. Und wir wechseln direkt, was sie denn? Das ist nicht unser Ding, Leute. Die Runde will ich jetzt aber auf jeden Fall gewinnen. Da gibt es kein... Alter Vater. Na klar, wirft ihm eine Granate hin, der Lutscher. Was ist das, ein Chinese? Ja. So ein Chinese. Das sagt ja schon alles hier. Ja. Hier scheint es ja dasselbe Prinzip wie in Battlefield 3 zu haben. Hier drei Punkte. Man soll die drei Punkte halten halt. Alter Vater, das war jetzt knapp. Dominieren wir hier erstmal hier. Oh lololo. Okay, da kommen sie wieder. Sie wollen hier einnehmen. Nein, das darf nicht wahr sein. Und ich drücke immer noch die Select-Taste. Eine hässliche Sache bei der Beta, kann ich euch jetzt schon sagen. Denn das ist hier, ähm, manchmal siehst du einer rumlaufen und der hat weder ein blaues noch ein orangenes Teil über dem Kopf. Ja, und dann ist man halt so ein bisschen, ja, verwirrt. Was ist das denn jetzt? Gegner oder kein Gegner? Ah, den hatte ich doch gesehen. Habe ich den? Ja, ich habe ihn. Wir haben uns gegenseitig eliminiert. Das ist ja auch mal eine nice Sache, muss ich mal so sagen. Na, das darf doch nicht wahr sein. Es ist heute wieder mal eine hässliche Runde. Seht ihr? Zwei Stück. Wir messern jetzt aber ein. Koste es, was es wolle. Meint ihr, wer schaffen das? Ah, ich habe dich. Ich habe ihn aber trotzdem gekriegt, oder? Habe ich ihn? Oder habe ich ihn nicht? Wartet. Ich glaube, ich habe ihn nicht. Nope. Ich habe ihn nicht. Der hat ihn noch rechtzeitig gerettet. Hätte ich ihn abgeknallt, wäre das nicht passiert. Alter, versteck dich bloß nicht. Dich habe ich. Und da kommt auch... Na, das darf nicht wahr sein. Und alle laufen als Assault rum. Und viele wollten heute kommen. Und weniger sind dann doch noch gekommen. Kill Assist 28. Alter, will mich verarschen, oder was? Nein, kommt er von hinten. Das darf nicht wahr sein. Was für hässliche Lutscher heute wieder unterwegs sind hier. Und wir verlieren die Runde. Na klar. Von hinten. Zwei Stück. Und keiner passt auf. Aber... Warum müssen immer alles die anderen machen? Lägt das streng nicht an. Alter, hinter mir. Der hat es geschafft. Alter, und immer diese Tasten hier. Kombination. Das darf nicht wahr sein. Neutralisiert wurde es. Alter, jetzt komm, es legt sowas von rum. Ich hoffe, ihr seht das Ganze ein bisschen besser. Übrigens wird das Ganze etwas dauern, denn das Hochladen der Videos, das dauert Stunden. Na ja, Stunden ist, äh, nice gesagt. Das dauert ziemlich, 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 ziemlich lange. Was? Und was ist das denn für ein hässliches Sniper? Und was ist das denn für ein hässliches Sniper? Ne, ein Assault mit so ein hässliches Gewehr. Na ja. Die Suchter sind unterwegs. Oder die Suchtis. Oder wie auch immer. Alter, komm jetzt. Da war einer. Ich weiß es nicht. Der kommt jetzt hierher. Ich wusste das doch. Ich wusste, ich hatte ihn doch gesehen. Was für ein hässlicher Camper hier. Da, Level 3, Level 2, Level 2, Level 2. Und Leute, es wird immer heftiger. Das zeige ich euch. Erstmal als zwei weggenatzt hier. Ja, also der Pionier hat hier eine ziemlich geile Waffe, muss ich sagen. Also, da fällt mir nichts mehr ein. Wo war das Gegner? Nope. Haben wir Alpha? Jupp, haben wir. Hoch? Ah, warum nicht, ne? Wenn es nur hoch gehen würde. Es geht nämlich anscheinend nicht hoch. Nope. Naja. Es wäre natürlich schöner gewesen, wenn mehrere Leute heute hierher gekommen wären. Alter, Vater. Und ich kann mich nicht bücken, ey. Ja, das mit den Tasten, das ist ja eine nice Sache, wie die das mit den Messern gemacht haben. Das ist, glaube ich, die Bück-Dich-Hin-Taste bei Battlefield 3. Aber, wenn du am Rennen bist, kannst du dich natürlich nicht so schnell bücken. Natürlich, ich kämpfe hinter einer Mauer und fick dich erstmal so richtig hart. Weißt du was? Wir werden jetzt selber campen. Hier sind ziemlich viel Gegner. Und die werden wir uns jetzt holen. Nein, komm, lass mich verarschen. Und ich habe ihn. Und natürlich. Yo. Habe ich doch noch meine KD gerettet? 12, 13. Ja, komm. Dafür, dass es ziemlich hart hier ist, geht das. Und somit sage ich zu euch Leuten, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es macht Spaß, mir bei der Beta zu zocken, äh, zuzugucken. Und, ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!